Die Zugänglichmachung von Kulturerbe für Forschung und Lehre steht bei uns an der ETH Zürich im Fokus. Unsere Bestände werden mit der wissenschaftlichen Arbeit der O-Schule verbunden und darin eingesetzt, wie am Beispiel der naturwissenschaftlichen Sammlungen. Die Aufgaben der IT sehe ich beim Online-Zugänglichmachen darin, die richtigen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Damit werden die Schätze der ETH Bibliothek nachgewiesen, recherchierbar und auf lange Zeit gesichert und gespeichert. Dazu werden verschiedene Plattformen wie E-Periodika für digitalisierte Zeitschriften, E-Rara für alte und seltene Drucke oder E-Pix für digitalisierte Bilder angeboten. So gewährleisten wir einen einfachen Zugang jederzeit für alle und jeden Ort. Sämtliche unserer Digitalisierte, die aus solchen Digitalisierungsprojekten entstehen, werden online unter einer Creative Common License gestellt, damit man diese weiterverwenden kann. Neben der Vielfältigkeit der Bestände kommt dann hinzu, dass die Zugänglichmachung von Kulturerbe im digitalen Bereich ein Feld in ständiger Bewegung ist, sowohl was die Vernetzung der Daten als auch ihrer Visualisierung angeht. Das stellt uns vor die Aufgabe, die richtigen technischen Möglichkeiten für jeden Bestandtyp auszuwählen. Die Entwicklung von neuen fachspezifischen Standards im Zusammenhang mit der Wissenschaft wird die Herausforderung der Zukunft sein.